Was kann man denn im Herbst so fotografieren? Kleines Labervideo mit einigen Beispielfotos. Gleich geht's los, bleib dran, gleich geht's weiter. Hallo, ich bin Lars vom Kanal Lars fotografiert und filmt. Und bevor es losgeht, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du keine weitere Folge verpasst. Ja, was kann man denn jetzt im Herbst schönes fotografieren? Ich finde immer toll, Nebel. Nebel ist einfach super. Aber das Blöde ist, für Nebel muss man manchmal sehr früh aufstehen und ich stehe einfach nicht gern früh auf. Ne, ne, ich stehe wirklich nicht gern früh auf. Aber ab und zu muss es sein. Hier an dem Tag, das war schon im September, hat mich meine Freundin auf ihrem Arbeitsweg kurz angerufen und gesagt, hey, es sieht toll aus, ich hatte einen freien Tag und dann habe ich mich aufgerafft, bin tatsächlich noch los. Und hier seht ihr jetzt ein paar Beispielfotos. Ich tue die gerne ein bisschen dunkel belichten, ein bisschen Geschmackssache. Ich finde, da kommt der Nebel besser raus. Sieht ein bisschen bedrohlich aus, ein bisschen düster. Natürlich hätte man hier auch harte Erde oder sowas machen können. Habe ich jetzt aber hier in den wenigsten Fällen gemacht. So, gleiche Tour. Ein Fahrradfahrerbaum im Nebel. Sieht in Schwarz-Weiß, finde ich einfach noch viel, viel besser aus. Der gleiche Baum, zwei Jogger. Ja, hier könnte man fast meinen, das sind irgendwie so, könnte eben in Asien so Reisfelder sein. Das sind es aber nicht. Es ist einfach hier, wird ein Feld bestellt. Das ist irgendwie, da wird mehrfach im Jahr angepflanzt und wieder abgenommen. Das sind Salatfelder, glaube ich. Ja, und es sind zwei Arbeiter so im Gegenlicht. Das ist eigentlich die gleiche Stelle, aber deutlich später, jetzt im Oktober. Und du siehst auch, hier hat es ziemlich raus. Das liegt daran, ich habe das Bild hier mit der RX100 gemacht. Die anderen sind mit der Sony Alpha 7. Ich habe hier aber sehr stark ausgeschnitten. Ich finde es trotzdem ein recht schönes Bild, auch wenn es natürlich sehr verwaschen daherkommt. Gleicher Morgen, auch hier wieder der Nebel, der so schön unten liegt. Ja, das ist auch noch der gleiche Morgen. Gut eine halbe, dreiviertel Stunde. Nein, das ist nicht wahr. Ich war auf dem Weg zum Arzt zu Fuß. Hatte da, wie lange geht es zum Arzttermin? Vielleicht eine halbe Stunde. Dürfte insgesamt vielleicht eine Stunde später gewesen sein. Der Nebel war schon weggedrückt. Der ist ja nach rechts weg. Und das ist das frisch, wie sagt man eben, frisch geackerte Feld, wo sie auch wieder was angebaut haben. Finde ich durch die Linienführung sehr interessant. Einfach so, dass man sieht, dass das leitet den Blick schön in den Horizont. Und das ist jetzt ganz anders. Bern, Bern-Wangendorf. Ja, da ist überall SBB, also die Schweizer Bahn. Es hat gerade geregnet. Und das ist auch so etwas, was im Herbst oft recht schön aussieht. Man sieht natürlich das Gelbe hier, die Farbe Gelb von den Blättern und dann noch die Spiegelung so ein bisschen am Boden. Das ist jetzt relativ stark bearbeitet, ein bisschen HDR mäßig. Aber was natürlich toll war, hier die Fassade, die hier so ein bisschen ähnliche Farbtöne drin hatte, wie von die Blätter. Ja, und das hier die Bahn, die große Bahnhofsuhr vor dem, glaube ich, Hauptgebäude für der SBB. Schön von unten fotografiert. Ich habe lange überlegt, wie ich es aufnehme. Das Bild sieht einfach am besten aus. Da hätten wir jetzt sicherlich auch ein bisschen Quatschbilder noch machen können, irgendwie jemanden da vorstellen, der die Uhr so in der Hand hält oder so. Also, ja, ich habe es jetzt einfach mir entschieden, ohne Person aufzunehmen. Noch mehr Fotos von mir gibt es auf Instagram. Profilname Lars Schlageter. Den Link schreibe ich dir unten in die Videobeschreibung. Und zum Thema Herbst habe ich noch ein tolles Video, eine tolle Videoempfehlung von Alexander Müller. Das ist ein Fotograf, ich glaube, aus Österreich. Er ist hier zumindest in Wien unterwegs. Und vom Dialekt her würde ich sagen, dürfte ein Österreicher sein. Ich hoffe, ich hoffe, es stimmt. Sorry, falls du das sehen solltest und ich dich wo falsch hingetan habe. Aber er macht hier quasi einen kleinen Fotokurs mit Bildaufbau, auch gerade für den Herbst. Und da auch noch ein wichtiger Tipp raus. Wenn du quasi deine Bilder nicht bearbeitest, speziell, dann musst du beim Weissabgleich unbedingt Auto rausnehmen. Denn bei Auto versucht die Kamera quasi eine Neutralität ins Bild zu rechnen. Und man will aber ja die Gelb-Rot-Töne vom Herbst erhalten bei der Fotografie im Herbst. Und dann stellst du besser auf Bewölkt oder auf Schatten. Probier es einfach am besten aus. Ansonsten kannst du natürlich, wenn du Rohr fotografierst, das Ganze auch in der Nachbararbeitung machen. Ja, das wär's. Checkt seinen Kanal. Lohnt sich bestimmt, da ein Abo zu hinterlassen. Jo, und dann würde ich mich freuen, wenn du unten in die Kommentare schreibst, was du so im Herbst fotografierst. Was du empfiehlst. Ich freue mich über ein Like. Vergiss bitte das Abo nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bleib gesund. Ciao.